Kurz und gut. Nicht, weil wir etwas als schlecht empfinden, hassen wir es. Es erscheint uns schlecht, weil wir es hassen. Stellen Sie sich vor, mehrere Erden streiten sich um das Erbe und hassen sich deswegen. Man könnte sagen, sie hassen sich, weil sie sich streiten. Aber das ist falsch. Im Gegenteil, sie streiten sich um das Erbe, weil sie sich hassen. Oder ein Paar streitet sich und jeder entdeckt am anderen plötzlich unerträgliche Fehler. Aber das ist absurd, sie sind seit Jahren ein Paar. Sie können diese Fehler nicht erst jetzt entdecken. Nein, weil sie sich trennen wollen, müssen sie am anderen gravierende Fehler finden. Ruhes Gericht, mein Klient ist unschuldig. Ein Anwalt wird immer gute Gründe für die Unschuld seines Klienten finden. Nicht, weil dieser unschuldig ist, sondern weil er sein Anwalt ist. So wie derjenige, der seine Katze töten will, behauptet, sie habe Tollwut. Genau im richtigen Moment. Wir werden immer einen guten Grund für unser Handeln oder Denken finden. Und dabei glauben, es sei nicht unsere Schuld. dass sie sich auf der Fall sagt. Also, ich darf nicht die Kalische aquatic sẽ versuchen, dass sie die Gründe für diese Träte verfolgen. Und dabei ist es sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und dabei ist es eine große Herausforderung. Und dabei ist es eine große Herausforderung. Kurz und gut. Nicht, weil wir etwas als schlecht empfinden, hassen wir es. Es erscheint uns schlecht, weil wir es hassen. Stellen Sie sich vor, mehrere Erden streiten sich um das Erbe und hassen sich deswegen. Man könnte sagen, sie hassen sich, weil sie sich streiten. Aber das ist falsch. Im Gegenteil, sie streiten sich um das Erbe, weil sie sich hassen. Oder ein Paar streitet sich und jeder entdeckt am anderen plötzlich unerträgliche Fehler. Aber das ist absurd, sie sind seit Jahren ein Paar. Sie können diese Fehler nicht erst jetzt entdecken. Nein, weil sie sich trennen wollen, müssen sie am anderen gravierende Fehler finden. Hohes Gericht, mein Klient ist unschuldig. Ein Anwalt wird immer gute Gründe für die Unschuld seines Klienten finden. Nicht, weil dieser unschuldig ist, sondern weil er sein Anwalt ist. So wie derjenige, der seine Katze töten will, behauptet, sie habe Tollwut. Genau im richtigen Moment. Wir werden immer einen guten Grund für unser Handeln oder Denken finden. Und dabei glauben, es sei nicht unsere Schuld. Wir werden unschuldig w Boraussel, dass sie durch den Berliner liegen verzeichnet sind. Untertitelung des ZDF, 2020